ich muss den Sound anpassen Scheiße, gib mir das Buch, ich will wissen, ob das da ist Herzlich willkommen hier auf der Kommandobrücke zu einer neuen Folge Minecraft Hallo Ja Hallo Hallo Jan, bekomme ich das Buch Bis auf Majid sind wir alle da Ja Jan, holst du's, oder? Ja, ich kann's wollen Ne, warte, ich bin schon auf dem Weg, ich bin jetzt schon bei der Tür Okay Und wir haben endlich mal, wenn das funktioniert, ihr habt ja die letzten paar Aufnahmen vollen gesehen Es ist immer noch der gleiche Tag, nur bis jetzt irgendwie drei Stunden später Wie es heißt, sogar Jakob da Ja Wer nur weg war Jan, das Buch soll da drin sein Ja, ich bin heimgekehrt von den deutschen Autobahnen Da ist es nicht 5.000 Baustellen Ja Äh, da ist es nichts, Jan Da ist es nicht, guck Nee, da ist es nicht, guck Ja, so völlig gefehlt Ja, so völlig gefehlt Ja, so völlig gefehlt zurecht bei mir ganz bergung ist es so kann er auch wenn ich habe mich erinnert r warum ganz ehrlich dagegen muss ich was unternehmen er hat sie wird gesafed jan was das buch ja, warte kurz wir müssen den Sound anpassen scheiße, Sound, gib mir das Buch ich will wissen, ob es noch da ist ja, ich habe es in meinem Innenraum ich weiß nicht scheiße vielleicht ist es in meiner Kiste da drüben guck mal, guck du mal bei dir hoffentlich, Alter nein, da ist es auch nicht ach ja, ich laufe runter Alter, der Sound ist gerade ein bisschen laut ist doch nett nein scheiße, aber ich habe keine Lust mehr auf Minecraft sag mal, du bist zu schnell frustriert ja, man, weiß ich, wie viel Arbeit es war ja ja, also ja, warte mal, sag mal, du hast nur ein paar Wörter hingeschrieben sag mal, du kannst diesen Vertrag auch im Relife aufsetzen ach so, es ging um die Sache mit Barry nein Jan, in welchem Zeitraum machst du es jetzt eigentlich? nicht während ich aufnehme hä? ich habe schon alles vorbereitet wieso nicht während der Aufnahme wenn er aufnimmt nicht während der Aufnahme, dann während er aufnimmt deutsche Sprache, schwere Sprache ach so, Jan nimmt gerade auf ja, weil ich jetzt ein Stück mein Wort, aber ich will das verkackte Buch haben also ich habe es nicht zumindest nicht im Inventar, nicht in dieser Einführung das haben wir aber gesagt haben wir aber gesagt ich kann es an die Anhörung ja ja nein ich mache jetzt nicht, dann gibt es eben dieses verkackte Buch nicht ja genau das Kriegsrecht ist verhält jeder koaliert mit jedem, den wir, mit dem koalieren, oder? kling 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 h h k k h h h wo ich hab gleich auspakommen h h h h h an meinem Internet kann das nicht liegen jetzt habe ich auch die volle Verbindung ey man das ist jetzt echt scheiße ich krieg gleich nen Anfall ganz ruhig nein kann ich nicht das waren fast sieben Seiten in diesem verkackten Buch ja so ungefähr sieben Wunder ja ok danke Jan Wetten du hast es in einem verkackten Inventar ich tötig jetzt um das zu sehen ich kann doch gern mein ganzes Inventar ausleeren weil weiß ich dass es das alles war ähm ok dann bevor wir mein Zeug noch auflegen weil ich hab ne Menge Sachen dabei gehe ich jetzt erstmal fett wieder ein Buch machen dass ich beschrifte sag mal du kannst ähm soo hast du denn noch das Leder ich hab noch Leder ja gut dann mach ich jetzt neues Buch und lass nebenher mal das Video laufen wo drinsteht was ich alles reinschreiben muss ich muss ja alles fast genauso reinschreiben also von dem her Book and Kill wenn's nachher wieder auftaucht Alter ich krieg nen Anfall für was? Samuel wollte nen Vertrag aufsetzen ach so also so ne Art Gesetzbuch BGB BGB was steht da alles drin? noch nichts ja was habt ihr da so ungefähr vorgehabt reinzuschreiben? es stand eigentlich schon was drin aber dann ist es kaputt gegangen ja wollt ja wissen was Jakob das wär jetzt zu viel um dir zu sagen aus dem Wüsten wir hätten's denn die Zuschauer jetzt viermal gehört ok wenn ich fertig bin gebe ich's dir ok so dann starte ich mal das Video so guck mal was ich reinschreiben so ich weiß nicht ich weiß es ist gerade langweil ich weiß ich einfach nur hin und her laufe und bis ab links einsamer von den Birkenbäumen wo ich brauch die Dinger so das auf die Seite und das auf die Seite jetzt spiele ich Minecraft so komisch äh ach naja auf einer Seite eben warte mal wo ist denn der Scheiß? nein oh ich muss mir Essen suchen ich bin jetzt schon bei Page 2 nein zurück ach ja vielleicht die Sonne schwimmt oh zack so alle verbraucht also also dann mach's leiser dann mach's leiser ich weiß nicht wie viel Leiser stellen kommt ich weiß nicht wie viel Leiser stellen kommt ich weiß nicht wie viel Leiser stellen kommt es gibt nämlich äh bei Minecraft kein Reiter für Buggy Sounds ich dehne mal und dann ich weiß was ach so das ja genau das das Gute ist dadurch dass das Server vorhin abgepackt ist habe ich jetzt das ganze Holz doppelt ey man so jetzt machen wir das nochmal so ich wolle mal sicherheitshalber mein Schwert raus ist Nacht ja ist es ja schön für euch ich hab grad angefangen oh mir ist das heute vielleicht ich bin hier oben sehr sicher mein Turm ein noch hier du du das du 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 ein Buch weiter ist das nicht gut. Und was machst du so Jakob? Ah, weil es ist gut. Was? Ihr leckt gerade beides, deswegen versteh ich euch nicht. Ich erfüll dich mit Roba. Oh. Warte. Ich hab kein Glas da leider. Ach, ist diese Aussicht nicht schön. Wir treten ja mal. Aber mal kurz mal schon was gucken. Fast Manager. Mein Internet ist mir sicher leid für den Anruf ja zum Glück auch nicht. Sonst wären wir jetzt eh schon alle weg. Alter, was muss ich jetzt gucken? Da seid ihr ja wieder. Ich glaub Jan ist gerade raus, kann das sein? Nein, ja, das ist einfach. Da. Allerdings, der Anruf leitet hat irgendwelche Probleme. Ich bin nicht. Am Weg ist es. So. Du schaffst ihn jetzt nicht. Ja, komm. Schade, das hat man nicht an, wer den Anruf leitet. Ah. Hm. Hm. Viele Tiere dazu. Und sonst wäre es kind. Ahhh. Ah. Ich bin. Das ist ein schönes Leben Wir sind alles klar, ja. Aber ja, masiere Vincent. Da gäbe ich gegessen. K K K K K K K ich kann mich nicht wegschieben kann ich nicht wegschieben dein guck ist falsch herum nein da ist richtig so nein deine Hände sind auch immer weiter ok 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 so was ist das Prozent das stimmt aber nicht ich glaube da mal ich habe keine Probleme es muss nicht sein dass es an mir liegt kann auch sein dass er kommt sind der Kürzemberg ist aber Jan Jan ist er während der Matren Jakob wie immer raus bei mir schon zusammen müssen das ist vielleicht auch ich werde zurück ich bin da an der Karte doch auch ja ich weiß was ich mache ich kann mich jetzt in den Getreide bevor ich mein Holz weg holz 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 Ich hab's doch Glück. So, was ist das denn? Sag mal, sag mal was. Ich bin noch. Habt ihr mich gerade noch gehört? Jetzt hören wir dich. Gerade vorher nicht. Boah, der Sky prägt auf. Ich muss das Rっぴlet anbauen. Er ist immer noch ein Rettungslauch. Jetzt kommt dein Rettungslauch. Jetzt kommen wir hier. Ich müssen uns gleich aufreiten. Ach, das geht weg. ich weiß und glaub ich wieder wozu ich ein Eisen hatte ich wollte mir einen Eimer machen ja ich wollte meine Felder umgestalten oder ausbauen ich bin jetzt bei Punkt 6 kommt schon kleiner mal einen Spur wieder auf Punkt 6 genau 6 ist für Game Mode ach man falsch 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 nein Prozent 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 doch durchschreibt und geduldig bin ein was soll ich für eine Zeit einstellen ich glaube die Folge teilen werden einfach vielleicht echt nicht naja geht es aber in letzter Zeit also ich glaube die ist schon länger als 15 Minuten nein, ich glaube die Sklobe ist nicht ich glaube die Sklobe ist nicht ich bin ich bin ich bin ich bin Klauen aus Kisten. Der andere wird bestraft. Die Bestrafung erfolgt. 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 Das geht gerade bei dir so. Gerade habe ich mich um mein Gemüse gekümmert. Okay. Dann kann ich ein paar Kartoffeln oder Karotten von dir haben, damit ich die anbauen kann. Ja klar, kannst du hören. Ich komm zu dir. Wir sind beim Knochen. Sein. Hm, scheiße. Wir sind beim Knochen. 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 Jetzt kommen die Schuhe. Die Schuhe und die Schuhe. Stake. Prozent 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 ja halt durchdoppelt er hat sich an der Folge vorbei meine Freunde zunächst ein schönes Vielen Dank. Vielen Dank.